Vorher, hunderte von Kilometern nach Hause, so eine Fahrt, viel Schnee, driving home for Christmas. Stefan Jahers hat geschrieben, er leitet den Wild- und Freizeitpark Hülnöhe in Teublitz. Dieser Park musste heute wegen Schneebruchs gesperrt werden. Es besteht Lebensgefahr, viele abgebrochene Bäume und auch schon Schäden, also wenn das nur ein Park für den Nachmittag war. Fahrt da nicht hin, dann geht heute nichts. Heute ist irgendwie alles. Das ist eine spannende Geschichte, wo wir suchen, an der Universität. Bei so vielen Menschen, die bei uns in Bayern leben und erleben wir natürlich ganz viele Geschichten. Spannende, lustige, gerade aus dem Bayern. Und wir erzählen sie zusammen. Wir alle haben gemeinsam den Plan. So ist unser Leben, diesen tollen Freistaat so wunderbar zu machen. Jeder und jeder Einzelne von uns. Und bei dieser nächsten Geschichte merkt man wieder die wunderbare Bayern zusammen. Jetzt wird es gleich nach oben. Gut, das ist von unserer Heimatministerin, mit der Schieder, manchmal nichts Neues. Aber da hatte sie selbst keine Chance. Beim Wolf aus Lasten und der Heimschlager wieder ein alter, sehr krank Erfolg zu machen. Und im Abend in der Runde hat jetzt gerade sie Poppen auf Wölfe gelangt. Durch die Orte und die Leute mit großen Wörtern. Mancher Ort dröhnt es dann die ganze Nacht. Denn unsere Schieder hat es erlebt. So, ich bin mittendrin, ihr Lieben. Sag mal, warum wollte ich es auslassen? Was ist das, Johannes? Das können wir uns bringen, die wir auf der Mühlwohnert, die wir auf der Mühlwohnert, die wir auf der Mühlwohnert und die wir auf der Mühlwohnert eingeholt. Mit den Klubner, das Kier und das Kohlner, das macht euch. Und das ist noch sehr, 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 sehr. Was macht da Freiheit? Und das ist noch sehr, 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 sehr. Und das ist noch sehr, 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 sehr. Danke schön. Danke schön. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020